Zusammenfassung Wir haben also fünf Wege erläutert, die Sie Gott näher bringen können. Ich hoffe, Sie werden an diese Botschaft denken und sie Schritt für Schritt umsetzen. Lasset uns zurückblicken auf die heutige Botschaft. Wie können wir Gott begegnen? Zuerst, wir können Gott durch das Wort begegnen. Wir können seinen Willen und sein Herz verstehen, wenn wir es lesen und hören. Zweitens, wir können ihm durch das Gebet begegnen. Wir können die Lösung für unsere Probleme und seine Kraft empfangen, wenn wir zu ihm beten. Drittens können wir ihm begegnen, wenn wir ihn preisen. Wir sollten Gott mit Glauben, Hoffnung, Freude und Dank preisen. Wir sollten nicht wie die Roboter einfach den Lobpreis anderer wiederholen. Wir sollten uns auf die Worte der Lieder konzentrieren und Gott mit unserem ganzen Herzen preisen. Viertens können wir Gott erleben, wenn wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Durch die Gottesdienste lernen wir, Gott zu lieben. Diese Liebe zu Gott bedeutet, seine Gebote zu halten. Durch das Wort verstehen wir den Willen Gottes und werden aus der Dunkelheit in das Licht geführt. Und wenn wir der Wahrheit gehorchen, dann werden wir zu Menschen der Wahrheit. Dann beten wir in der Wahrheit und wir empfangen die Stärke und Gnade und sind fähig, unsere Sünden wegzuwerfen. Wenn wir im Geist anbeten, voll heiligen Geistes, kommen wir dazu, in Güte zu leben, in Gerechtigkeit, Rechtfertigung und geistlicher Liebe. Und das ist Gott wohlgefällig. Dann wird Gott da sein und sie können ihm begegnen. Je mehr Gott mit uns wandelt, desto mehr werden wir im Geist verwandelt, desto ähnlicher werden wir ihm. Er wird immer mit denen sein, die gerecht vor ihm wandeln. Mögen sie ein Gerechter sein in der Sicht Gottes, das empfangen, worum auch immer sie ihn bitten und die Segnungen Gottes genießen. Seine Gegenwart sei mit ihnen, so bete ich im Namen des Herrn.